Aha, bei GatGash? Okay. Wieso sind wir jetzt bei GatGash? Das muss mir mal einer erklären. Ne, ich hol jetzt die... ähm, Dings nicht ab. Die Mission. Das ist mir grad zu blöde. Ähm, vor allem zu unfair war mir das gerade. Also, das war... nicht okay. Das war beim besten Willen wirklich nicht okay. Da hab ich schon faireres erlebt. Markiertes Bauteil. Ah, schön. Ähm, ne, das war nicht fair. Weil... das Blitze-Dingens war weit weg. War wirklich weit weg. Max hat nicht mehr gebrannt. Nichts. Naja. Gut, was... Was will man machen? Ne, ich sammle jetzt nicht. Nö. Ich will jetzt da hoch und gucken, wie es weitergeht mit der Hauptmission. Hier um die Gegenden kümmern wir uns schon noch. Keine Sorge. Na, dann soll er es ruhig versuchen. Schau mal, Junge. Geht's dir gut da? Und jetzt abhauen, oder was? Feige Ratte. So eine feige Ratte. Ohne Mist. Unglaublich, sowas. Das kann ich ja leiden. So, Sniper sind gefährlich, deswegen hab ich den jetzt weggeholt. Achso, reparier mal weiter. Oh, ich bin grad ein bisschen... Bisschen sauer, wenn ich ehrlich bin. Das, ähm... Hat mich grad ein bisschen genervt. Aha. Spach. Uhuhuhu. Okay. War gar nicht gefährlich, irgendwie. Noch halb da drunter und... Ja, komm. Also... Es verschwindet eh gleich, ne? Warum kann man da nicht einfach durchlaufen? Wenn sie es liegen lassen würden, wäre es was anderes. Aber... Es ist weg. Naja. Gut. Es muss ja auch mal ausgesprochen werden, wenn einem was nervt. Naja, zu Blöver will ich jetzt nicht. Ruhe. Auch wenn der hier grad zu sein scheint. Schon wieder ein Sniper irgendwo. Geh nämlich auf den Keks. Man merkt, glaub ich, dass ich ein bisschen angefressen bin von dem Spiel gerade. Ähm... Weil das hat mich grad sehr genervt. Na ja. So. Gut, wenn wir eh schon hier sind. Oh, jetzt stieg auch noch doof, ne? Ja. Hm. Ich versteh's nicht. Es verschwindet eh gleich. Es ist so unsinnig. Da und jetzt ist es weg. In einer Sekunde rennst du dagegen, in der nächsten Sekunde ist es weg. Hm. Nee. Sind das Beine? Nur Beine? Oh. Ups. Und durch. Nein. Oh, ich nehm lieber die Ratte. Ratten sind ekliger. Hast du gedacht, wa? Oh, oh. Ja. Hat sich total gelohnt. Achso. Du steigst aus. Na gut. Danke. War's das mit dir? Ja? Na gut. Ja. Aber man kann's auch für viel Schrott wegbringen. Ähm. Ich hoffe, man kann auch mit dem Auto dann da hinreisen. Machen wir jetzt einfach mal. Ja. Also, dass man dann trotzdem Schrott kriegt, auch wenn man per Schnellreise hinreist. Und nicht damit hinfährt. Das wäre ganz toll. Sieht nicht so aus. Schade. Na gut. So. Jetzt aber hoffentlich endlich. Nö, das nervt gar nicht. Ach, Quatsch. Nö. Überhaupt nicht. Schön. So. Nochmal das Gleiche. Diesmal aber von einer anderen Festung. Naja. Warum nicht? Okay. Oh, geh mal reparieren, mein guter. Die Kiste sieht mittlerweile schon krass aus, ne? Jetzt schauen wir mal, alles gut bei dir. Also, manchmal weiß ich nicht, warum er so was sagt. Ah. Diesmal sind tatsächlich welche da. Was aber sehr selten der Fall ist. Naja. Aber wenigstens durch den... ...einen Tod da, eben vorhin, gerade... ...vor kurzem, ähm... ...sind wir wenigstens. Ja. Ich habe jetzt keine Lust, mich um die zu kümmern. Äh, sind wir wenigstens den Sandsturm losgeworden. Gar nicht so verkehrt, weil das ist immer so abartig laut und unangenehm. Vor allem, und dann so lange und unnötig. Also, dass das so lange ist, das ist einfach nur unnötig. Da stehst du rum. Also klar, wenn du alleine spielst, nur für dich, bleibst du aber auch einfach stehen... ...und kannst in der Zeit nichts machen. Das, äh... Ja, nervig. Wenn ich ehrlich bin. Das ist, äh, echt nervig. Das raubt einem etwas, äh, Lebenszeit und das zieht das Spiel künstlich in die Länge, ne? Also sehr in die Länge. Und sehr, sehr künstlich. Kann man jetzt sehen, wie man will. So, jetzt bin ich aber mal gespannt. Endlich mal, äh, ne? Ach. Ach so, erst mal ausspäen, ne? Oh, wie weitläufig das aber auch ist, das Gebiet. Das ist echt unglaublich. So, vielleicht... Vielleicht fahr ich hier mal ein bisschen... Hm, komm ich hier komplett hoch? Ja. Ne, ich seh's aber von hier nicht wirklich. So. So, they live in the silo. Alas, I do not know what to say to that. They live in a large stone, too? Haha, ja. Hm. Na ja. Ach da. Feige. Wie feige. So, du reparierst, ne? Echt wie feige. Jetzt musste ich mich grad echt konzentrieren, so ein bisschen. Ähm. Wegen, weil... Zwei, also... Nicht zwei, also vier, drei Autos. Vier Autos, hä? Äh. Drei Autos. Zwei davon waren mit Stufe 2 gepanzert, wenn mich nicht alles täuscht. Da war ich grad ein bisschen, äh, desorientiert. Beziehungsweise irritiert. Ähm. Desorientiert, ja. Vergesst es. So, was hast du für uns? Hilf uns, Stranger. Unsere Wälder krummeln. Meine Säure Pink will succumb, wenn du nicht die Katapulten zerstörst. Mhm. Sie braucht also Hilfe. Die Pink... Ei. Die wirklich pinke Augen hat? Naja. Wir werden's rausfinden. Ich glaub, sie werden grade angegriffen, nicht wahr? Ja. Ja. Ich glaube, sie werden angegriffen. Ich glaube, sie werden angegriffen. Ja. Hauptmission Rauch zieht auf. Okay, wir sollen die Typen zerstören? Oh, das war... Uh, 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 schnell raus. Oh, fuck it. Drecksäcke. Na, kommt schon her. Ah, kommt her. Shit. Hehehe. So, Moment. Geschickt hier dazwischen stellen. Scham ist noch nicht fertig. Da muss also jemand aussteigen. So, schnell hier dazwischen. So. Sehr gut. Na, komm her. So ist fein. Oh, fuck. Das dicke Ding da noch. Und das da auch. Und da hinten ist auch nur eins. Oh ne, das ist das falsche Auto. Ups, mein Fehler. Komm, steck wieder aus. Komm auf zu Scham. Scham. Scham, natürlich. Der gute Chump. So, Harpune. Und den Haufen Fresser. So. Nö, der ist mir egal. Dahin, bitte. Hä? Ach, mit der Schrotflinte hochjagen. Toll, so viel Munition hab ich gar nicht mehr. Räumlich hat der was dabei. Ja, hat er. So ein Zufall aber auch. Das ist ja echt, äh, ein fabelhafter Zufall gerade. So, so viel Zeit muss sein. Oh. Ein kleines Rädchen vor uns. Ähm. Ähm. Vielleicht sollten wir nicht so dicht dran stehen oder wenigstens im Auto sitzen. So. Ui. Ja komm, trink mal was, Max. Schön, wie das Wasser durch seine hohle Birne läuft. Äh, hat schon was. Na, das andere auch noch. So. So. Schade, dass es hier die Schrott... Schrott-Crew noch nicht gibt. Ähm. Naja. So. Na komm. So. Wahrscheinlich wird gleich noch gemeckert so, ja, äh, hast dich aber wirklich nicht beeilt. Hättest du ja eigentlich mal machen können. Wieso hat das so lange gedauert? Wieso hat das so lange gedauert? So sind sie ja meistens. Was? Du lebst noch. So. Erstmal sammeln. Sehr gut. Das gefällt mir so. Können wir das so auch weg? Ne. Aber damit können wir das doch wahrscheinlich auch kaputt schmeißen dann sozusagen, ne? So. Ich versuch's mal. Da haben wir ja keine Munition für golden. Das hätte doch was. Jep. Schön. Ich bin grad echt voll konzentriert auf das Spiel. Ähm. Ich kann grad gar nicht viel dazu sagen, weil... Das flasht mich grad wieder, weil das ist spannend. Ja. Okay. Boah. Fuckin. So, ist gut. Danke mir. Ja. Sehr schön. So ist doch fein. Hast du gedacht, wa? Ja. Vielen Dank.